Ich wünschte, ich hätte meine Waffe noch. Und wir sind fast am Arsch, Alter, gerade. Wir sind fast am Arsch. Und schnell weg. Und wir sind tot. Scheiße! So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout, Part Nummer 58? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass wir gerade ein wenig noch uns heilen müssen, tatsächlich. Also zumindest wieder, ja, genau. Ich weiß, wir haben hier die dienstliche Tour gemacht, beziehungsweise wollten die dienstliche Tour machen. Jetzt wollten wir hier mal alle von der Britwin, genau, ansehen, anhören. Und dann machen wir das auch gerade. Ich habe richtig Bock. Hier, McGonagall ist auch am Start. Hi, McGonagall. Es geht. Bist du cool? Ja? Okay, prima. Ah, gut. Da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich zeige. Du siehst einfach eins zu eins aus wie... Mir fehlt nur noch die scheiß Narbe, mein kleiner Harry Potter. Geil. Was willst du denn mit all diesen Büchern? Ich kann meine Arbeit wohl kurz einmal unterbrechen und mich deiner Frage widmen. Okay. Der Müll muss natürlich entsorgt werden. Freut mich, dass du das auch so siehst. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Ja, ich soll ein bisschen hier rumlaufen und die Leute kennenlernen. Maxon wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Danz in seinem Bericht erwähnt hat. Ja, genau. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Okay. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Ah, mal klar. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Das ist schlecht. Aber ja, dann lass uns doch helfen. Wir haben ja eh nichts zu tun. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Hey. Ich habe bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Okay. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Nice. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie die Mausei. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Safe. War auch für mich ein Genuss. So. Was war denn hier? Okay, ist das hier eine Sidequest? Ja, okay, das war eine Sidequest. Moinsen! Hallo! Na, Ritter Captain Kate? Du bist der Arzt, nehme ich an. Ah, ich nehme dich erst mal kurz ein bisschen aus. Warte mal. Nein, geh weg. So, ich kann das ja alles nehmen. Danke. Hast du noch irgendwas cooles hier? Äh, ja, sofort. Gib mir eine Sekunde. Musst dich kurz nochmal ein bisschen looten. Gib mir, gib mir deinen Scheiß. Dann komme ich zu dir. Warte, gib mir... Oh krass, das ist doch... Alter, das ist doch der Sprecher von The Walking Dead. Wie heißt er denn? Äh, nicht Daryl, sondern dem sein Bruder, der Böse. Lustig. Okay, dann gib mir einfach deinen Scheiß hier. Gib mir das Jet. Gib mir das Medics. Gib mir das Stimpack. Stimpack? Okay. Was haben wir hier? Reddicks, nehme ich mit. Buffon, nehme ich mit. Was haben wir hier noch? Knochenfräse, brauchen wir nicht. Ja, geil. Was ist das hier Kram? Danny Boy. Ja, moins. Ah, da bist du ja wieder. Gut. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Aber natürlich. Klar. Nun zu. In Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Okay. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längerer Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Als Kind? Nö. Vor den Bomben gab es noch nicht wirklich viel radioaktive Strahlung. Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Ja. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Ja, natürlich. Und, zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Naja, hätte es damals Corona gegeben, beziehungsweise in dem Spiel. Ja, mit Sicherheit. Corona hat ja irgendwie jeden beschäftigt, aber ansonsten war man krank? Nö, eigentlich nicht. Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Okay. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nichtmenschlich bezeichnet? Ja, dicker, was soll ich hier antworten? Also. The fuck? Was? Geht? Was? Alter, was ist in dieser Welt passiert? Äh, nein. Nee. Also gut. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Ähm, weiß nicht. Das ist mehr so eine Moralfrage, oder? Oh, absolut. Ich bin der Ansicht, dass der geistige Zustand der Besatzung so wichtig ist wie der körperliche. Jeder, der im Gefecht aufgrund fehlgeleiteter moralischer Werte beim Schießen zögert, ist nicht für die Bruderschaft geeignet. Okay. Also, wie steht es mit dir? Hättest du ein Problem damit? Nein, eigentlich nicht. Ähm. Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig ist, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Na, perfekt. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend dienstauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Oh ja, du kannst mich heilen. Bleib mal hier. Entschuldigung, Captain Kate. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Kann ich was für dich tun? Ja, du kannst mich, äh, mich heilen. Ja, wirf mal einen Blick doch auf, Doc. Nun, um das Problem beheben zu können, muss ich erstmal wissen, was los ist. Ja, ich hab auf jeden Fall ein paar, äh, ja. Ich hab zu viele Camps genommen. Kannst du da was machen? Du musst dich deshalb nicht schämen. Das ist verbreiteter, als du denkst. Lass es uns einfach schnell in Ordnung bringen. Vor allem, ich hab eigentlich nie was gemacht. Ich hab nur zwei, dreimal irgendwie Jet genommen, weißt du. Okay. Ja gut, dann haben wir das nämlich auch. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Ja, ich bin ein bisschen, äh, an der Strahlung erkrankt. Ich glaube, ich hab da draußen ordentlich Strahlung abbekommen. Gut. Reinigen wir deinen Metabolismus. Metabolismus. Weißt du, ich bin in der, ich bin in der Bruderschaft und ich dachte, der heilt mich umsonst am Arsch. Das wäre erlögt. Also da sowieso nicht, aber... Hast du sonst noch Beschwerden? Äh, ja, komm, Strahlung einbaue ich jetzt. Nee. Das war's. Klingt gut. Naja. Ich danke dir. So, da haben wir noch ein paar. Wo ist der Rest? Hi, Dance. Geil, kannst du machen. Kannst du mir eins geben, oder? Hey. Wenn es darum geht, die Pridwen am Laufen zu halten, ist Proktor Ingram die Beste. Okay, danke. Machen wir. So, da ist noch jemand. Moinze. Ist das unsere Powerrüstung? Nee, leider nicht. Hi. Proktor. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Richtig. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Warum nicht? Was ist dein Problem? Was hast du denn erwartet? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, heruntergekommen und auf der Suche nach Almosen. Okay. Sie waren verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg. Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Ja. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Finde ich gut. Ist deine Powerrüstung zu engem Schritt, um die Pridwen abzuschmieren, läuft ein Roboterarmor, dann komm zu mir. Okay. Machen wir. Bekomme ich hier meine Powerrüstung? Tja, das ist immer die erste Frage, die die Neuen stellen. Mal sehen. Ich habe gerade eine recht ordentliche T60 zusammengeflickt. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Bieste vom Leib. Sie steht in Bucht 3. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht fünf oder sechs Sachen kaputt gehen. Okay. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Ja, glaube ich dir. Möchtest du mir erzählen, wie das mit dir passiert ist? Das ist schon ein wenig persönlich, meinst du nicht? Ja, ich würde es halt gerne wissen. Die meisten Menschen in deinem Zustand hätten aufgegeben. Mich interessiert einfach nur deine Geschichte. Klar. Warum habe ich nicht? Ich kämpfte mit der stählernen Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt. Wir arbeiteten an einem Sammelplatz für Powerrüstungstruppen. Wir befanden uns an einem Kamm über dem Schlachtfeld. Ich würde sagen, da ging es rund 30 Meter runter. Oh je. Oh je. Du warst nicht an Bord der Pridwin? Die Pridwin unterstand damals noch nicht Maxen. Sie war nicht mal im Ödland der Hauptstadt. Wenn sie vor Ort gewesen wäre, wäre die Schlacht keine solche Herausforderung gewesen. Um es kurz zu machen, der Kamm, auf dem ich stand, wurde von einer Nuklearrakete getroffen. Der Großteil der Klippe wurde weggesprengt. Und die Plattform, auf der ich stand, kippte zur Seite weg. Wenn ich nicht gerade eine Powerrüstung ausprobiert hätte, wäre ich draufgegangen. Okay. Deine Powerrüstung hat dir geholfen, den Sturz zu überleben? Ja, sie hat das meiste abbekommen. Aber ich weiß nicht, ob man das Überleben nennen kann. Nach der Landung war die Rüstung im Eimer. Und ich habe beide Beine verloren. Fuck. Seitdem kann ich nicht mehr laufen. Wie dem auch sei. Wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst... Okay, das ist krass. Warte mal, sind die... Sind die weg? Oh, tatsächlich! Alter! Stimmt! Die sind weg! Normalerweise ist da... Oh, krass! Alter! Da! Oh, heftig! Crazy! Das ist ja wirklich krank! Okay. So, und der letzte. Wo ist er? Moin, der Wachemeister! Guten Tag! Proktor! Komm näher, Ritter! Ich beiße nicht, versprochen. Auch wenn die mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Warum bist du da drin? Schön, dass du das fragst. Ja. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs. Proktor Tegan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Okay. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Hört sich gut an. Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Ja, natürlich. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Och, nö. Aber die gute Nachricht. Dank der Kronkorgen, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was braucht bei. Oh, fein. Dann können wir gerade ein paar Sachen verkaufen. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorgen nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Okay, gerne. Von welcher Art Arbeit nebenher sprechen wir denn hier? Oh, nein, nein, nein. Nicht das, was du denkst. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Okay. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. Geil. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Okay, gerne. Da, b-b-b-b-b-b-b. Komm näher, Ritter. Ich beiße nicht. Ja, ich weiß. Bin ich zum Klausern hier. Regeln, Regeln, Regeln. Alle hier sind so besessen von den verdammten Regeln. Ich hoffe, du bist nicht auch einer dieser Militärtypen, die immer alles nach Vorschrift macht. Das hier ist das Versorgung. Die Führung ist, wenn du für eine Mission noch... Okay. Ich muss selbst für meine... Hör zu, Regeln. Befehl. Aber die... Ich bin Haupt. Wenn du die... Ja. Ich könnte ein paar Kronen. Du brauchst sie und es geht nur um ein wenig. Und da ich hier... Wenn du mit den... In der Zwischenzeit... Wunderbar. Dann, äh... Ja, wo müssen wir denn eigentlich hin? Wieder zu Maxen. Maxen! Du solltest dranbleiben. Dein Instinkt erscheint ziemlich gut zu sein. Ja, ich weiß. Was hast du auf dem Herzen, Soldat? Ähm. Dance? Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Ah, noch nicht. Jetzt nicht. Kein Problem. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Mach ich, Adam Sandler. Alles gut. So, dann lass uns doch mal... Rrrrrr... Rrrr... 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 Ja, gehen wir zum Kommandodeck. Wir sollten ja nochmal mit Maxen reden und, äh... Da muss ich gleich mal... Oh, Entschuldigung. Da muss ich gleich mal die Quests checken. Ähm. Haben wir noch gejagt? Gejagt er das nicht? Moment, ich hab doch hier die... Ah, keine... Triff. Hm, fuck. Wo ist der denn? Oh je. Der müsste doch hier irgendwo sein, oder nicht? Hoffe ich zumindest. Oh, Klebstoff ist selten. Oh, dann sollte ich mir das... Okay, wenn das da steht, sollte ich das auf jeden Fall mir merken. Weil, ähm... Ja. Bisschen Schrott kann man immer gebrauchen. Das ist immer ganz nice. Was ist er denn? Ach, der ist er. Hi. Moinsen. Jetzt, da Sie die Crew der Pritvan kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Aber natürlich. Ja, Ältester. Gut. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Oh Gott. Diese wieder natürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem sitzen Sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, wo wir unseren Feldzug gebrochen könnten. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Okay, krass. Supermutanten? Ich dachte, das Institut wäre der Feind. Supermutanten sind nicht besser als Sins. Sie erinnern uns stets daran, dass Technologie mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Okay. Ganz egal, ob man mithilfe der Biochemie Gene manipuliert oder aus ein paar Schaltkreisen Leben erschafft. Diese Art von Wissenschaft ist falsch. Als Mitglieder der Bruderschaft ist es unsere Pflicht, solche Abscheulichkeiten zu beseitigen. Gleich in welcher Form Sie auftauchen. Ich kann also darauf zählen, dass Sie den Job erledigen? Wenn du aufhörst, mich zu siezen, auf jeden Fall. Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Wir haben ein Verti-Bird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. The fuck? Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Okay. Und wegtreten. Ja, Alter. Seid doch nicht so böse. Okay, das können wir machen. Das ist der Verti-Bird. Sehr gut. Aber wir wollten nochmal zu Dance. Dancey Dance. Zu dir wollten wir nochmal. Ich hoffe, das dauert jetzt wieder nicht so lange mit dem Laden. Ja, aber krass. Also, coole Quest. So, jetzt muss ich den aber nochmal finden. Oh Gott, wo ist der denn jetzt? Ja, Flocke, alles gut. Alles gut, du kommst mit. Hier oben ist der, ne? Ja, müsste eigentlich da sein. Wenn ich ihn finde. Hoffentlich. Hoffentlich. Und wenn's denn mal late. Alter, diese Ladezeiten würden geben, gell. Meine Fresse. So, da würden wir jetzt... Da, ne, wo ist... Wo ist denn Dance jetzt? Da ist Dance. Moin, Dance. Hey. Was sollten wir als nächstes tun? Paladin. Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Äh, ja, bestimmt. Bereit. Verstanden. Nein! Keine Angst, Junge. Ich sorge dafür, dass dieser Soldat lebend nach Hause kommt. Oh, nee. Ähm. Nein. 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 Nein, 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 nein. Kacke. Wir laden jetzt nochmal das schnell speichern. Da wollten wir... Nee, 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 wir behalten Flocke schön. Ich dachte, das wäre eine Quest, die wir starten. Okay. Nee, dann ist... Dann, dann können wir ja in den Vertibut einsteigen eigentlich. Weil ich will, wie gesagt, Flocke behalten. Flocke bleibt bei mir, auch wenn der ein bisschen... Der nicht so stark ist wie, äh... Paladin Lance, aber... Paladin Dance meine ich. Aber Flocke bleibt bei uns. Flocke bleibt einfach bei uns. Weil der ist jetzt schon seit Anfang an, ist er dabei. Flocke ist unser kleiner, süßer Schoßhund. Der hilft uns überall. Der ist niedlich, der ist geulich und der bleibt einfach da, wo er ist. Ja. Genau so sieht es nämlich aus. Ah, guck mal. Ich bin an der Figur. Warnig gibt an, wie aufmerksam du durch die Welt reist und bestimmt auch deine Trefferchance im... Im Wett. Okay. Okay. Ich hätte halt einfach gerne ein paar mehr Figuren. Ich meine, es gibt ja... Es gibt ja Lösungsbücher dafür. Und... Richtig. Schön, dich bei uns zu haben. Ja, gleichfalls. Ach ja, stimmt. Das ist unser... Hehehe. Hehehe. So. Alter, wie viel Munition wir für den haben. Krass. So, erstmal gucken, was wir alles nachgeladen haben. Da ist der Vertibert. Okay. Dann lasst uns doch mal hier kurz einsteigen. Und mal gucken, was da so geht. Ich wollte eigentlich jetzt gerade einen Schnitt machen. Aber wir werden auf jeden Fall mal kurz runterfliegen. Willkommen an Bordretter. Alle Anzeigen stehen auf grün. Wir sind bereit zum Start. Das hoffe ich. Okay, auf geht's. Wird das was? Ja. Hey, äh. Warum schießt denn hier jemand auf uns? Was soll das? Äh. Achso, okay. Die sind gut. Ach, die machen wahrscheinlich Schießtraining. Ach, krass. Siehste mal. Oh, da müsste ich auf jeden Fall auch nochmal runter. Und dir das mal genauer angucken. Wir werden... Ich werde versuchen, wirklich alles in dieser Welt freizuschalten. Beziehungsweise zu gucken. Ich kann's nicht versprechen, weil die Welt ist einfach verschissen riesig. Was ist das denn? Ich hab' ich jetzt getriggert, gell? Jo, scheiße. Ich versuche es im Blickfeld zu halten. What? Ach, du scheiße. Ach, du Kacke, Alter. Dein Ernst? Na, das kann ja lustig werden. Nein. Und tschüss, du bist gleich weg. Wunderbar. Alter, krass. Oh, bitte nett. Mach das doch nicht. Ich will nicht runter. Ich bin hier oben eigentlich ganz sicher. Na, komm schon. Noch einer? Wo ist er? Ey. Noch einer? Ja, daneben. Wir werden ja sowas von platt machen von hier unten. Ich hoffe, das passt. Oh no. Oh Gott, Alter. Scheiße. Kann ich runter? Ja, tatsächlich. Fuck, jetzt sind wir natürlich am Arsch. Oh Gott, Alter. Ah. Ah. Okay, ihr... Gebt jetzt hier drauf. Wo ist der Rest? Noch einer. Wow, das ist ein Jäger. Und ich wusste, da ich ihn getriggert habe. Oh Gott, ist nicht dein Ernst. Sind wir jetzt wirklich am Arsch, weil wir das Ding getriggert haben? Dein Ernst? Okay, wir müssen direkt wieder ein Jet nehmen und uns sowas von verpissen. Ähm. Ja, hier. Na, komm. Oh, das hilft nicht. Wir müssen noch einen nehmen. Sorry. Was eine Scheiße. Ähm. Ja, wir sind ein bisschen am Arsch gerade. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir sowas von hin. Komm, müssen wir ihn nehmen. Ja. Ja, scheiße. Jetzt muss ich auch nur nachladen. Okay, der ist weg. Oh, fuck. Noch einer? Noch ein... Noch ein Jäger oder was? Ja. Ja. Moment, wir haben doch hier unseren... Ja, das ist doch gut. Beziehungsweise nicht. Weil das hat uns noch ein bisschen gekillt. Alter. Ich wünschte, ich hätte meine Waffe noch. Oh. Und wir sind fast am Arsch, Alter, gerade. Wir sind fast am Arsch. Und schnell weg. Und wir sind tot. Scheiße. Ich wusste, dass das passiert, wenn ich den Trigger... Scheiße. Hätte ich den nicht angeschossen, dann hätten wir jetzt nicht so ein Problem. Aber das kriegen wir hin. Das sollte jetzt... Sollte zu machen sein. Hey. Hey. Ja, komm. Ja. Ja, der... Der hält nicht viel aus. Weg hier. Der hat doch nicht mehr viel. Na also. Genau so geht's doch. Buh. Das war knapp. Alles klar. So. Jetzt der Rest. Moin. Ja, du bist weg. So. Noch einer. Das ist ja noch unsere nächste Quest. Was sollen wir noch machen? Ach, das Munitionslager holen, gell. Oh Gott. Das könnte... Das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber nicht unschaffbar. Wir holen jetzt erstmal die ganze Munition hier. Und irgendwo war dieser... Dieser dicke... Dieser dicke, fette Gegner. Den holen wir uns auf jeden Fall auch. Das ist mit Abstand eines der besten Sturmgewehre, was wir haben. Ohne Scheiß. Das muss auf jeden Fall behalten werden. Und hier ist Red. Warum ist hier Red? Okay, fuck. Ah ja, okay. Ich verstehe. Der müsste ja hier irgendwo fallen... Alter, was ein Riesenteil. Der hat einfach ein... Okay, krass. Natürlich. Hast du sonst irgendwas Cooles? Nö, ansonsten leider gar nicht. Kann ich denn diese... Nee. Können wir nicht nehmen. Schade. Aber krass, wie viele hier einfach sind. Alter. Das kann ja eigentlich noch heiter werden hier. Jetzt mal ohne Scheiß. So, dann hätten wir das. Das brauchen wir nicht. Perfekt. Wir gehen erst nur mal kurz hier rum und gucken mal, ob wir hier noch was finden. Guck. Da haben wir eine wilde Karotte. Haben wir gefunden. Sollten wir zwischenspeichern. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir hier gleich auf den Sack kriegen. Aber ansonsten... Zigarettenkiste brauchen wir nicht. Hier ist noch Muni. Oh, das war gut. Das war auf jeden Fall einiges an Muni. Okay. Dann können wir reingehen, würde ich sagen. Kann ja eigentlich nur gut werden, oder? Geil. Yay. Ich habe Bock auf die Super-Mutanten. Ja, Super-Mutanten. Wo seid ihr? Wir haben kein grünes Zeug. Oh, fuck, Alter. Fuck. Könnten uns ja mal ein wenig... Ah, verstecken. Okay, wenigstens ist hier schönes Wetter. Das ist ja schon mal etwas... So langweilig. Ja, der wird gleich nicht mehr langweilig sein, Digi. Aber, das machen wir im nächsten Part. Weil ich mache hier einen Schnitt. Und im nächsten Part werden wir mal hier diese Waffenkammer ausräuchern. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und... Man hört sich. Und dann geht es wieder richtig ab. Schön fighten und so. Also, bis denn. Haut rein.